Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 3.9.2021, damit den Abschluss der, ja ich sag mal, Monatswechselwoche. Und zum Donnerstag sind definitiv die Tischlerkommission, also wir haben gestern hier rot-rot-schwarz gespielt, nichts, also das war ein Satz mit der X, der ging einfach nur zur Seite, er hat umgeschlagen, ungeschlagen, ist weitestgehend eigentlich dem nachgekommen, was man für das Dreieck besprochen hat, dass er hier unten nochmal kurz reinschlägt, 7.60, 7.30, das hat er getan, dann sollte er sich hochziehen bis 9.00 und 9.40, von dort wieder runtergleiten und da steckt er eigentlich so ein bisschen drin halt. Wenn wir jetzt mal so schauen, also an sich, die Analyse von gestern bleibt quasi für heute genauso wirksam, ja, also das bleibt letztendlich bestehen, das Gleiche gilt nochmal, wir brauchen hier nicht viel erzählen, wichtig wäre vielleicht noch zu erwähnen, dass ja die Woche bisher recht schwach wirkt, wir sind wieder mal im Wochenminus, wir sind mal wieder an einem Donnerstag und sind mal wieder im Wochenminus und die Erfahrung der letzten Monate zeigt, dass er gerne versucht zum Freitag das dann auszukommen hat. Wir sind reingekommen hier in den Bereich um die 15.900, liegen jetzt knapp um die 15.800, das heißt, sollte er jetzt anfangen deutlich über 8.50 rauszuarbeiten am Freitag, dann, ja dann 9.00, 9.40, das kann er durchaus noch erreichen, viel Bewegung muss er jetzt zum Freitag nicht machen, ich erwarte die Bewegung eigentlich erst wieder am Montag, die richtige Bewegung, von daher ist mir der Freitag ehrlich gesagt ein bisschen egal, der darf gerne nach oben, nach unten oder nach unten, weil momentan steckt der im Dreieck, so Dreieck heißt, da ist das wichtig, wenn das nach oben oder unten auflöst und wenn er das jetzt nicht zum Freitag tut, dann hier einfach bloß dazwischen rumeiert, dann, ja dann ist das so, ne, also das heißt, da werden wir auch nicht großen Erkenntnisgewinn für den Montag haben, weil am Montag dann auch bloß gelten wird, wenn er oben oder unten raus geht und solange das nicht passiert, darf er hier erstmal noch seitwärts rumeiern. Ja und deswegen würde ich einfach versuchen über 8.50, so vielleicht, also wenn man, wenn man das unbedingt haben will, man muss ja nicht alles handeln, könnte man versuchen über 8.50, da so Richtung 900, 9.40 vielleicht was anzutraden oder man lässt es halt einfach, lässt es halt machen, aber hätte natürlich den Charme in dem Moment, wo man hier eine Position anspätet und der hilft dann doch oben raus, ne, dann hat man schon einen guten Fuß in der Tür und das zu einem besseren Einstand, wie wenn man dann direkt am Ausbruch einsteigt. Ja, das wäre so ein Handgedanke, ansonsten, gleite da ab, drückst du zum Freitag runter, wir haben ja von der Tendenz durchaus die Option, dass das ein fallendes Dreieck sein könnte, ist von der Positionierung her sehr ungewöhnlich, passt jetzt nicht so richtig, also passt nicht auf das, was hier vorher war, dass ich sagen würde, okay, dem fallenden Dreieck muss man jetzt so unheimlich viel Aufmerksamkeit checken, aber auch dennoch gilt, wenn der Unterstützungsbereich hier um 7.60 nach unten gebrochen werden sollte zum Freitag, kann das auflösen. So, und dann haben wir den Bereich bis 7.30 erstmal noch, so als kleine Pufferzone und alles, was dann runtergeht, das gibt halt Platz bis 700, 600 und 55, das bleibt auch so, das erzähle ich euch auch am Montag nochmal, selbst wenn er hier oben nochmal steht, weil, dann steckt er auch bloß wieder in einem Dreieck. Angenommen, der macht hier oben rein, dann bleibt das Dreieck, ja, dann ist es vielleicht kein fallendes Dreieck mehr, ne, sondern einfach nur noch ein symmetrisches Dreieck, aber auch das kann nach oben wie nach unten auflösen, ne, es ist, es ist, es ist, dann drei Bildet der Mark, wenn er nicht einig ist, ob es steigt oder fällt. So, und damit brauche ich hier nicht mehr verschwenden eurer wertvollen Zeit und auch meiner. Und, äh, damit können wir das, wir gucken kurz den Tagesschat mal rein, aber damit können wir das dann auch schon schließen, das, weil das bleibt, die Zonen unten bleiben, die Zwicker bleiben, ähm, das Seitwärtsspiel im Dreieck bleibt, das ist ja genau wie gestern besprochen, ähm, und solange unten eben nicht raus ist, war das Dreieck hier jetzt die Wahl, so, und das kann er auch noch nach oben ausspielen, wenn er über 8.50 kommt, oder er drückt halt hier einfach mal ein schönes kleines Abwärtsgap, unter 7.60, das war zu kurz, was, das war, wir haben ja gestern auch gesagt, ne, wenn der Abwärtsgap hier, und so, aber es war zu kurz, das war zu kurz, das hätte tiefer gemusst, ne, hätte unter 7.60 gemusst, das war bloß 7.90 oder sowas gewesen, das war zu kurz, wenn er unter 7.60 springen würde, würde es ihm leichter fallen, Richtung 7.30 und tiefer zu fallen, aber man muss halt auch 7.60 dann gappen, ne, so 7.90 reicht nicht, ja, okay. Okay, Tagesschart noch ganz kurz, weil die Bänder werden enger, das heißt, hier steht Bewegung an, und ich glaube, es wird am Montag kommen, ähm, ich denke, es wird am Montag kommen, darf natürlich auch gerne schon am Freitag, aber so, äh, ich, ich, ich denke fast, es kommt am Montag, dass er, dass er sich rauslegt, und dann darf man auch davon ausgehen, dass die Tageskarte dann auch erst mal richtig draußen stehen bleibt, aus dem Band, ne, aus dem Tagesband oben oder unten, ähm, die, die, die Option ist noch offen, und, ähm, ja, es ist halt super nah dran, ne, unten ist es die 7.30, oben ist es so knapp die, naja, ne, doch, es ist die, ist es echt 16.000, ja, doch, es ist 16.000, also da müsst ihr drüber, und, äh, ich denke, er legt sich am Freitag vielleicht noch ganz genau in die Mitte, vielleicht fängt er auch am Freitag schon an, aber eigentlich wird es fast besser zum Montag passen, ne, aber wir wissen ja auch, worauf wir achten, wir gucken auf die, wir gucken auf die 7.30, wir gucken oben auf die 9.40, und, äh, daran wird man auch schon am Freitag merken, wenn er dann doch schon am Freitag abhauen will, halt, ne, die Option ist ja da, definitiv, wenn er runter raus will, dann soll er unten raus, ne, dann, dann greift er das vor, aber mich wird es auch nicht wundern, wenn wir zum Freitag wieder dieses übliche, wir stabilisieren uns ein bisschen, arbeiten die ganzen Tage davon, das, was wir die ganzen letzten Wochen gesehen haben, und, und, und er dann wieder Montag reinkommt, ein Gap macht und dann wieder versucht durchzuziehen, ne, das würde auch zu dem passen, was wir die ganzen letzten Wochen gesehen haben, hätten dafür jetzt aber eine etwas brisantere Ausgangslage, auch aus der Woche, die jetzt hinter uns liegt, weil, ich sag mal, Monatsauftakt ist jetzt durch, ne, also, da jetzt noch großes Kapital nachgeschoben wird, ne, weiß nicht, weiß nicht, ne, gut, Punkt, aus, wir brauchen nicht zu sprechen, das ist alles gesagt, die Marken verändern sich jetzt nicht, jetzt muss der DAX, muss der DAX zeigen, muss, muss liefern, ne, gut, insofern wünsche ich euch gutes Klingen, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. und dann, bis dahin, tschüss.